Die Scherps sind weiter hier rumfahren und einfach auf den Heli schießen, wenn ihr den seht und so. Nicht hier stehen bleiben, nicht hier stehen bleiben. Einer liegt im Laden, der rechte liegt. Sehr stark. Ist da noch ein zweiter? Ja, der ist linke Seite irgendwo. Bei dieser Vitrine an der Ecke. Wollen wir stören? Nein, nein, das ist nicht riskierend, das ist einfach warten. Welcher Hubschrauber genau, da haben wir einen Overwatch? Wir haben keinen Overwatch, einfach der Hubschrauber. Ein Alligator auf dem Dach, am Boden. Sehr stark. Und wenn der Heli kommt, einfach auf den Heli rauf platzen. So verstanden. 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 Das war's. Was ist die Lager auf dem Dach? Wir schießen gerade den Helikopter, der kommt ab und zu in die Reichweite, aber ist jetzt gerade außerhalb. Das ist die Lager unten bei euch. Es ist noch ein TV-Umladen. Ey, Stirn in den Laden. Du hast Helm, Digga. Du bist ein Tier, du bist ein Löwe. Warte, ich muss Weste wechseln und danach kann ich den Laden stehen. Warte, komm her, ich kann dir Weste geben. Ich habe Weste, aber ich musste nur wechseln. Warte, piek den nicht mehr. Nicht mehr den pieken, wir haben hier einen, der hat Helm. Der Helikopter ist stark beschädigt. So, hast du? Der ist rechts in der Ecke. Rechts. Rennen einfach rein. Rechts in der Ecke. Rechts, 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 rechts. Hinter der WQ. Scheiße. Hab ihn, Laden, Clear. Ey, erst mal Tank gespielt. Alles klar. Vielen Dank.